meine lieben polovianer ich grüße euch herzlich willkommen zur neuen folge wir spielen jetzt so wie es aussieht chili und ich möchte das noch mal machen ich habe da so schön gekegelt beim letzten mal ja finde ich auch bringt so viel ja das macht aber nichts weil es bringt auf jeden fall kommt also immer wieder die kugel oder es kommt immer neue kugel und wir haben es egal auf hier polovianer er sich hängen lässt quatschen wir mal mit die lassen sich aber echt hängen die polovianer pass mal auf ganz mit dem quatschen chili wir spielen jetzt chili ok alles super ich dachte schon jetzt ist es aus das hatten wir aber schon das ist das gleiche alles so ich dachte ja genau da hatte ich letztes mal schon erwähnt also der der fernsehkanal der warenstrengen ist es fernsehkanal lieblings fernsehkanal von von bernd und das ist prima so was man will aber es könnte sich auch um ein amerikanisches modell handeln vielleicht ein gigantik bang alpha bravo x-ray sagen wir bedienungsanleitungen sind das was unsere zivilisation ausmacht wir lesen sie nur selten aber wir brauchen sie unbedingt winde damit könnte ich das unterlassen mach mal jetzt wieder mit jak 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 anfängst schmal sie dich in die lager glaubst mir würde ich nie machen aber man das dreht ist so verrostet dass ich es nicht drehen kann werden lamer fett lamer fett jetzt geht's gleich jetzt geht's gleich ok dann drehen wir scharf wenn du das jak runter lässt schmilzt es in der laber dann ist zwar das spiel zu ende aber gut ist das auch nicht aber zu ende werden zu ende das ist doch immer das was du wolltest das ist doch überhaupt das ist doch gut jak statue priegel werkzeug cool ich erinnere mich ja noch an ein rotes ventil was wir ohne werkzeug nicht bewegen konnten und das ist draußen und das wir werden ventil brauchen freund ich sehe es jetzt kommen ich will die zange wasserpumpenzange 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 was haben wir denn hier leere ventilfassung ok es sind zwei leere wie ist das gucken wir uns mal an was für eine schlamperei hier fehlt ja ein ventilrad also eins hätte ich anzubieten ein klassisches ventilrad der baureihe mumpf 97 und findet sich auch an abwasserrohren ja nach die galle könnte trapsen das ist das ding brauchen wir da draußen wir haben jetzt auch sogar ein werkzeug mit chili die kriegt das vielleicht sogar ab ok langweilig ok pass mal auf gut wir brauchen jetzt ich weiß nicht was wir damit machen sollen aber irgendwas geht das eine götzenstatue ja die jack statue ganz kurz hier die lupe das ist das loser stallaktit die unmöglichen lösen jedes verbrechen ok und raffi deutscher wird sich im grabe rumdrehen hat er vielleicht gerade gemacht mit einer wahnsinnsgeschwindigkeit können wir denn vielleicht da ich weiß zwar nicht wofür das brauchen aber ich will mal ganz kurz was testen liebe leute wissen mal wo ist das ding hier da ich weiß nicht was ich machen soll ich weiß nicht was ich machen soll ich weiß nicht was ich machen soll die rümpel gerümpel 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 moment schilderwein alpon ein alpon an chili kommen noch mal zurück alpon eine ziemlich große flöte ja ja die ist aber extrem groß eine flöte chili ganz wie ein sacken baby eine ziemlich große flöte das ist aber eine mächtig große flöte so was mal auf chili du bist ja noch ein bisschen kräftiger als bern das vor allen dingen auch ein paar längere armen was sehr praktisch ist wieso kam die da hinten das habe ich jetzt nicht verstanden gut aber jetzt hier ein rotes ventil mehr funktions ich weiß doch nicht warum wir jetzt hinten raus kam aber der totenkopf ist auch cool wir können den dinge sprechen gehen wir noch mal rein wir gehen noch ein wir haben uns auf jeden fall ein ventil aber ich weiß noch nicht was ich machen soll insgeheim versteckt man ihn freunde was machen wir jetzt was machen wir jetzt das ist tricky trocki traki ich meine ich bin natürlich passend gekleidet zu dem spiel das muss auch das musste schon bringen was das geht jetzt das können wir noch mal eine kugel rollen können wir denn vielleicht wir haben ja 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 jetzt ein rotes ventil wenn ich denn dann finden wir haben sogar zwei rote ventile wir haben zwei und wir werden doch nur eins ok was ist wenn wir müssen was müssen wir eigentlich machen haben wir mal ganz kurz auf die lupe volkomat vulkanomat vulkanomat aha das ist ein dings glaube ich glaube ich aber auch okay was ist wenn wir das jetzt hier chili lass lieber die finger davon auch mal spaß eben wir dürfen nie spaß haben priegel wir wollen es mal ein bisschen hier ne ok das ist ein dings gut dann war es das wahrscheinlich irgendwie nicht vielleicht muss priegel das machen ich weiß es nicht genau wir haben aber auch hier nichts mehr können wir denn jetzt theoretisch wie war das mit dem regentanz wo ist es ein dings mit schrift und chili kann nicht lesen das ist scheiße was mal auf können wir denn das altporn vielleicht mit dem megafon ok da kommt vielleicht der stadt oder habe ich was weggeklickt das tut mir leid freunde das wollte ich gar nicht aber vielleicht können wir jetzt dass das richtig laut die richtigen los dass das dann das ding nicht mehr runter rollt und vielleicht rollt dann wird er gestoppt und rollt das ding vielleicht dann da drauf die kugel wilden machen eine umleitung freunde das ist doch eine gute idee oder toll konzert für hängenden stein 1 2 3 juhu sachbeschädigung ja ich denke doch mal geht es nicht aber jetzt können wir vielleicht mal hier und dann dann rollt der stein zum dann da drauf und dann ist es vorher erst mal gelöscht das probieren wir noch mal freunde das ist auf jeden fall eine sache wert ich meine da habe ich mich jetzt nicht daran erinnert das habe ich hier wirklich deduziert das war das macht spaß und bringt so viel ich dachte eigentlich die an aber es gibt wie ein flipper ich will offen ich will flippen das macht spaß und bringt so viel mit anderen worten jetzt noch ein stahl laktit okay dann machen wir das nochmal wir bauen jetzt ein flipper liebe leute noch ein tröde konzert für noch einen hängenden stein wunderbar drei vier scharf du bist immer besser echt echt nein es ist immer noch leer aber effektiver leer vielleicht flippern wir jetzt besser liebe leute los geht's chili power super chili jetzt können wir die jaktstatue retten wie können wir die jaktstatue retten großer roter knopf lieber drauf große rote knöpfe muss ich prinzipiell raus funktioniert aber noch nicht das weißt du gar nicht drück erstmal drauf das ist mir zu komplex zitiert das ist mir zu komplex zitiert äh können wir jetzt das 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 rad lärme runter lassen und runter mit dir ok jetzt müssen wir sie nur noch rausbringen wie viel wird sie wiegen 3 4 tonnen keine sorge das ist ein auftrag für doktor bumblebee bursch ok bin ich jetzt priegel ich bin jetzt priegel ok 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 hier sind unsere flipper pins nein das ist da ist eine wunder ich sehe eine wunderlampe ich will sofort die wunderlampe alle obriegel es läuft alles unter gerümpel da ist eine wunderlampe das könnte uns mit einem das ist muss man auf du liest doch bestimmt bitte herzlichen glückwunsch zum kauf ihres künstlichen vulkans vulkanus v8 zur einstellung des richtigen drucks lesen sie bitte die bedienungsanleitung wer ließ denn schon eine bedienungsanleitung ich 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 beriegel ich gestehe ich das ist schand schändlich aber ich lese bedienungsanleitung was haben wir denn hier multifunktionswerke aber ich weiß gar nicht was wir hier machen müssen ok der kann jetzt das der kann jetzt alles drehen ich drehe mal hier ich habe die ventile in der falschen reihenfolge aufgedreht jetzt haben sie sich wieder in die alte position zurückgedreht oh gott wir brauchen jetzt eine richtige reihenfolge wofür zum geier brauchen wir eine richtige ich weiß nicht was ich hier machen soll das habe ich beim ersten spielen auch schon nicht ganz geblickt ok pass mal auf dann fangen wir mit dem erstmal an ich habe die ventile in der falschen reihenfolge aufgedreht jetzt haben sie sich wieder in die alte position zurückgedreht ok dann fangen wir mit dem an oder erstmal mit dem glaube ich oder so ich habe die ventile in der falschen reihenfolge aufgedreht jetzt haben sie sich wieder in die alte position zurückgedreht gut dann fangen wir mit dem an wir gehen jetzt mal ich habe die ventile in der falschen reihenfolge aufgedreht jetzt haben sie sich wieder in die alte position zurückgedreht okay dann gehen wir mal den rohren nach pass mal auf vielleicht müssen wir da anfangen das alles gekleistert geklebt ist jetzt da 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 geht dann fangen wir mal mit dem an geht dann dreht das mal ich habe die ventile in der falschen reihenfolge aufgedreht jetzt haben sie sich wieder in die alte position zurückgedreht dann wollen wir mal ein bisschen druck erzeugen so das ding läuft da dann was weiß ich das moment das läuft hier kommt vielleicht da raus oder wenn es hier runter läuft ich weiß ich weiß nicht im geringsten was dann probieren wir mal dass ich habe die ventile in der falschen reihenfolge aufgedreht jetzt haben sie sich wieder in die alte position zurückgedreht gut dann fangen wir hier nochmal anders dann wollen wir mal ein bisschen druck erzeugt okay pass mal auf den ich finde das geil wäre dann nehmen wir mal das hier okay dann dreh das mal briegel ich habe die ventile in der fahrung dann nochmal das hier das habe ich ja beim ersten spielen schon nicht verstanden wie das scheiße funktioniert dann wollen wir mal ein bisschen druck erzeugen okay pass mal auf das ding geht einmal das hier dann geht das hier dann geht das hier aber ja was bringt mir das er will druck erzeugen wohl keine mat diese maschine hat wohl ein vollkommener stümper zusammengeschustert okay dann nehmen wir mal den dann dreh den mal und noch mehr dann geht doch geht doch so was mal auf dann nehmen wir mal den ich habe die ventile in der falschen reihenfolge jetzt haben ja 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 pass mal auf okay pass mal auf das für ne dann dann machen wir hier dann mal da so pass mal auf okay das heißt also der war zuerst das ist wie so ein kleines memory spiel ja dann nehmen wir mal voll das lachen finde ich geil so pass mal auf okay der war es nicht dann probieren wir mal den okay cool dann nehmen wir mal das runter okay briegel ich kann das verstehen aber kann ich den jetzt einfach runter nehmen oder dreht der den wieder zu äh entfernen okay was noch dann machen wir den jetzt mal da drauf dann drehen wir den vielleicht pneumatisieren wir das universum das wäre eine gute sache dann der letzte wäre dann dir ne so bandy der dampf ist maximal pneumatisch kompensiert jetzt fehlt nur noch das tüpfelchen auf dem i das tüpfelchen auf dem i dieses pfeifen an ihm freunde macht mir angst das tüpfelchen auf dem i was ist das tüpfelchen auf dem i äh, Bernd, was könnte das sein? Äh, Dickinger? Das hast du nicht geraten. Doch, ich hab's versucht, Leute, das pfeift richtig gefährlich und, äh, vielleicht müssen wir den Knopf drücken, großer, roter Knopf, vielleicht funktioniert es. Ich meine, ich sag also mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, das Pfeifen klingt nicht gesund, aber wir werden das irgendwie, hoffe ich, überleben und in diesem Sinne ab in die Sinne, Freunde, halt dich aber, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, sagt er, das Spiel geht in 45, Polo Viana. Aha, ciao.